Ich bin der Schuss, bin ich. Und da bin ich dahoam. Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen, wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfighter, den Schreihals. Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Sie wollen sich darauf beschränken, den Niedergang unseres Landes zu verwalten. Ja, teilweise hat man den Eindruck, ihn sogar zu befeuern. Ja, teilweise hat man den Eindruck, den Schreihals zu verabschieden. Ja, teilweise hat man den Eindruck, den Schreihals zu verabschieden. Ich bin der Schreihals zu verabschieden. Ich bin der Schreihals zu verabschieden.